Ich gebe erstmal Schach, gebe erstmal Schach und dann mache ich langsam hier, da ist alles zu, da ist alles zu, theoretisch hin, jetzt könnte ich doch hier rein, oh mein Gott ist das matt, Schach, er kann den Bauern nicht schlagen, läuft verdeckt, er kann nicht hier und gleichzeitig gebe ich hier einen Abzug frei.